Heute geht es um den Bau der ersten Nachkriegsfähre der Deutschen Bundesbahn, die 1953 in Dienst gestellte Deutschland. Die Kieler Hohwaldswerke legten 1952 ein neues Eisenbahnfährschiff in einem Trockendock auf Kiel. Aus alten technischen Zeitschriften holte man zwar Zeichnungen hervor, doch waren diese so dürftig, dass kaum Nutzen aus ihnen gezogen werden konnte. Das neue Schiff musste deshalb in allen Einzelheiten neu konstruiert werden. Es fehlte vor allem an Erfahrungswerten hinsichtlich Stabilität, Gewichtsverhältnissen und Widerstand. Durch die Fairbettform waren die Hauptabmessungen im Wesentlichen festgelegt. In den Völligkeitsgraden besaß man zwar noch Planungsspielraum, einigte sich jedoch mit dem Partner, den dänischen Staatsbahnen DSB, auf eine Gesamtlänge von 114,55 Metern. Eigentlich plante man 134 Meter als Länge, was mit der Aufnahmekapazität der D-Zugwagen und dem Arrangement der Gleise zu tun hatte, doch die DSB glaubten, diese Länge hinsichtlich der beengten Verhältnisse in Gezer nicht verantworten zu können. Am 31.12.1952 wurde das Schiff in ein Schwimmdok gebracht und am 7.02.1953 aus diesem ausgeschwommen. Wenige Tage später, am 21.02.1953 erfolgte die Taufe auf den Namen Deutschland. Zu den prominentesten Gästen dieses Ereignisses zählte der Bundesminister für Verkehr, Dr. Ingenieur Seebohm, dessen Gattin auch die Taufe vornahm. Der Minister führte in seiner Taufrede aus, dass das neue Schiff dazu beitragen würde, die Freundschaft der nordischen Völker untereinander zu festigen. Das Schiff wurde nach den Vorschriften des germanischen Lloyd gebaut. Der Schiffskörper bestand aus Siemens Martin Flussstahl, wobei lediglich die Heckklappe, die Rettungsboote und die Rettungsflöße aus Aluminium gefertigt wurden. Um die Manövrierfähigkeit zu erhöhen, erhielt das Fährschiff je ein Bug und ein Heckruder. Als Fläche wählte man für das im Vordersteven sitzende Bugruder etwa 9,8 Quadratmeter, für das Heckruder ca. 11,6 Quadratmeter. Um eine sogenannte Roll-on-Roll-off-Roro-Beladung zu ermöglichen, sollte das Schiff in der Lage sein, in die Fährbetten wahlweise mit dem Bug oder dem Heck einzulaufen. So installierte man auf dem Schiff sowohl eine Heck- wie auch eine Bugklappe, zusätzlich achtern ein Ruderhaus für die Rückwärtsfahrt. Auch sollte bei stärkerem Eisgang die Fähre in der Lage sein, den Fährverkehr möglichst lange aufrecht zu erhalten. Gerade auch zu diesem Zweck dehnte man die Eisverstärkung des Rumpfes auch auf die Heckpartie aus. Der Wirtschaftsbetrieb der Deutschland war in der Lage, innerhalb der dreistündigen Überfahrt etwa 600 Reisende mit vollständigem Mittag- oder Abendessen zu verköstigen. Auch gab es ein Buffet-Restaurant zur Selbstbedienung. Als Hauptmaschinen dienten zwei einfach wirkende, direkt umsteuerbare Achtzylinder MAN-Zweitaktdieselmotoren. Typenbezeichnung G8Z52-90 in Tauchkolbenbauart mit Nachladung. Die Normalleistung lag bei 2x2750 PS bei 155 Umdrehungen pro Minute. Als stromerzeugende Hilfsmaschinen wählte man vier MAN-Motoren des Typs G8V42, die eine Normalleistung von 4x500 PS bei 375 Umdrehungen pro Minute brachten. Zwei aus Bronze gegossene Propeller gaben dem Schiff eine Geschwindigkeit von 16 Knoten. Als Navigationsmittel versah man die Fähre mit den damals neuesten und modernsten Navigations- und Nachrichtenmitteln. Neben Kreiselkompassanlage, Radaranlage, Funksichtpeilanlage, Kontaktalarmanlage, Umdrehungszeigeranlage, Funkanlage und Echolot erhielt das Schiff eine Mineneigenschutzanlage, die das vorhandene Eigenfeld des Schiffes aufhob, sodass magnetische Grundminen von keiner Induktionswirkung mehr beeinflusst wurden. So kurz nach Kriegsende musste man gerade in diesen Gewässern noch mit Minen rechnen. Während die Bundesbahner in der Hauptdirektion in Hamburg-Altona die letzten Vorarbeiten für den Sommerfahrplan 1953 erledigten, sah die neue Deutschland in Kiel ihrer Vollendung entgegen. Spätestens zum Fahrplanwechsel am 17. Mai 1953 sollte sie im Dienst der Bundesbahn stehen. Auch in den Häfen kam es zu Veränderungen oder Erweiterungen der Fähranlagen. Gab es in großen Brode bislang nur einen Fähranleger, wurde nun ein zweiter gebaut, der auch eine Fußgängerbrücke erhielt. Außerdem wurde ein neuer Bahnsteig geschaffen. Hatte man bei der ersten Anlage dafür nur drei Monate Zeit, plante man nun ein ganzes Jahr für die Bauzeit ein. Vom 17.04. bis 20.04.1953 fand die Werftprobefahrt der Deutschland auf der Ostsee statt. Die sehr zufriedenstellenden Ergebnisse führten dazu, dass nur zwei Tage später die Werftflagge niedergeholt und die DD-Flagge gehisst werden konnte. So dann nahm das Schiffkurs auf großen Brode. Zwar waren immer noch Handwerker und Maler im Gange und führten fällige Restarbeiten durch. Die Indienststellung des Schiffes konnte jedoch vom 17.05.1953 auf den 9.05.1953 vorverlegt werden. Am Tag der Indienststellung kam recht viel politische und gesellschaftliche Prominenz nach großen Brode. Der Sonderzug des Bundespräsidenten fuhr an Bord des neuen Schiffes, nachdem er kurz zuvor um 11.15 Uhr in den flackengeschmückten Bahnhof von großen Brode eingefahren war. Im Zug saßen neben zahlreichen Staatssekretärinnen und Ministern auch Bundespräsident Theodor Heuss sowie Verkehrsminister Dr. Ingenieur Seebohm und der erste Präsident der Deutschen Bundesbahn, Professor Dr. Frohne. Kaum auf dem Eisenbahndeck der schneeweißen Deutschland angekommen, wurden sofort kleine Treppen herangeschoben, sodass die Fahrgäste die Waggons bequem verlassen konnten. Mit einem langen Signal aus dem Typhon legte die Eisenbahnfähre zur ersten offiziellen Fahrt ab. Bundespräsident Theodor Heuss stellte während seiner recht launigen Rede anlässlich der Jungfernfahrt mit der Bitte um Nachsicht an die Verkehrsleute die Frage, ob es denn eine unbedingte Lebensnotwendigkeit sei, drei Stunden eher in Kopenhagen zu sein. Er sprach aus diesem Anlass die Hoffnung aus, dass die moderne Technik mit dazu beitragen würde, Missverständnisse zwischen den Ländern aus dem Weg zu räumen. Professor Frohne dankte in einer festlichen Ansprache dem Bundespräsidenten für dessen ersten Besuch bei der DB überhaupt. Ferner ginge auf den alten Gedanken der Vogelfluglinie ein und stellte verwundert fest, dass sie nicht bereits vor oder nach dem Ersten Weltkrieg errichtet worden sei. Er sah die Erklärung in der beherrschenden Stellung Berlins. Schließlich äußerte Bundestagspräsident Dr. Ehlers in seiner Rede den Wunsch, dass ein freies deutsches Volk seinen Weg nach Norden auch wieder über Warnemünde und Sassnitz nehmen könne. Deutschland, ein neues Fährschiff der Bundesbahn, trat mit dem Bundespräsidenten an Bord seine Jungfernfahrt an. Zehn moderne D-Zugwagen oder 110 Autos kann das 4100 Registertonnen große Schiff aufnehmen. Es soll im täglichen Linienverkehr über den Fehmarn-Belt zwischen Großenbrode und dem dänischen Hafen Gjetza eingesetzt werden. Geschwindigkeit 16 Knoten. Der Fährdienst verkürzt die Fahrzeit des Skandinavien-Express um zweieinhalb Stunden. Bisher war auf dieser Linie das dänische Schiff Danmark allein eingesetzt. Bis zum 22. Mai 1954 machte die Deutschland täglich zwei Reisen von Großenbrode nach Gjetza und zurück. Der Sommerfahrplan 1954 passte sich den Erfordernissen der Nachfrage an und legte der DB-Fähre ab dem 23.05.1954 täglich drei Doppelfahrten auf. Das neue Fährschiff setzte einen modernen Akzent. Während die alte Danmark aus dem Jahre 1922 stammte, brachte die Deutschland mit dem Stand der damaligen Technik einen frischen Wind auf die eher noch beschaulich wirkende Route zwischen Großenbrode Kai und Gjetza. Das Fährschiff konnte 1100 Passagiere sowie gleichzeitig 24 Güterwaggons oder 10 D-Zugwagen von je 23,5 Metern befördern. Der verbliebene Raum konnte noch zur Trajektierung von 10 bis 15 Autos genutzt werden. Befanden sich weniger oder keine Eisenbahnwagen an Bord, stieg die Pkw-Kapazität auf 120. Selbstverständlich fanden auch Lkw und Busse Platz. Durch den Einsatz der neuen Deutschland begann die Ausdehnung des Fährverkehrs. Nun wurde die Trajektierung ganzer Züge oder Zugteile möglich. Das war der JustFairys Podcast über den Bau der ersten Nachkriegsfähre der Deutschen Bundesbahn. Möchten Sie mehr über Fährschiffe erfahren, so besuchen Sie doch JustFairys.de Möchtung